Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Schere hier wieder richtig schleifen kannst, wenn diese zu Hause einfach nicht mehr sauber schneiden will. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zum Schleifen von so einer Schere hier verwende ich ganz normales Schleifpapier. Hat einfach den Sinn, das Ganze ist relativ günstig, es geht sehr schnell und du musst auch wissen, deine Schere muss nicht wirklich rasiermesserscharf sein, dass diese auch wirklich tolle Ergebnisse liefert. Du benötigst zuerst also mal ein normales Schleifpapier, denn in meinem Fall ist das jetzt mit einer 150er Körnung, ist hierfür wirklich perfekt geeignet und dieses Stück Schleifpapier legst du jetzt einfach mal hier in der Mitte zusammen. Wir haben jetzt auf jeder Seite also Schleifpapier, das hat einfach den Sinn, da wir das Ganze jetzt mit unserer stumpfen Schere einmal in Streifen herunterschneiden müssen. Indem wir jetzt also hier so kleine Streifen immer schneiden, wird unsere Schere automatisch schärfer, da diese feine Körnung das Ganze hier vorne sozusagen abschleift. Das machen wir jetzt so ruhig ein paar Mal und danach schauen wir uns dann auch das Ergebnis einmal an einem Stück Papier an. Wir machen also unsere Scherenblätter jetzt mal kurz sauber, dass hier keine Rückstände mehr von dem Schleifpapier sind. Natürlich darauf achten, dass man sich nicht schneidet, da das Ganze jetzt schon etwas schärfer ist. Und dann nehmen wir mal ein Blatt Papier und ich denke, du kannst sehen, das Ganze funktioniert wieder einwandfrei und meine Schere ist schon wieder schön scharf. Wenn das Ganze hier dann zu Hause für dich immer noch nicht scharf genug ist, empfehle ich dir einfach mal noch ein Schleifpapier mit einer feineren Körnung zu verwenden. In meinem Fall ist das jetzt eine 240er Körnung, was hier auch optimal geeignet ist. Und dann wiederholen wir die Schritte von gerade eben. Wir schneiden also hier wieder ein paar Streifen runter. Dadurch wird unsere Schere noch schärfer. Danach das Ganze wieder hier vorne einfach etwas sauber machen und an einem Papier testen, ob es nun scharf genug ist. Wenn deine Schere jetzt zu Hause schon sehr alt ist und vielleicht an ein paar Stellen sogar schon rostet, dann macht das Schleifen hier wirklich keinen Sinn mehr und du solltest dir einfach eine neue zulegen. Wenn du dir jetzt so ein normales Schleifpapier kaufen möchtest oder vielleicht sogar so eine Schere, egal ob eine normale Haushaltsschere, eine Friseurschere oder sogar eine Gartenschere, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersielung hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.